17. Am nächsten Abend versuchte Mary sicherzustellen, dass Bitti im Billardzimmer alles hatte, was sie brauchte. Aber selbst als sie das Mädchen mit einer Schale frischem gebutterten Popcorn, einer Packung Schokokekse, einer Flasche Ginger Ale, einer Flasche Wasser, der Fernbedienung für den riesigen Fernseher über dem Kamin, einem Berg von Zeitschriften, Cosmogyr, National Enquirer, People, und was nicht allem ausgestattet hatte, kam es ihr noch immer vor, als würde sie Bitti in der Wildnis aussetzen. Allein, inmitten eines Schneesturms. Es war verrückt, aber so waren Mütter. Sie setzte sich auf das Sofa neben die zwei eingegipsten Beine und streichelte Bittis Fuß in der weichen Socke. Du bist sicher, dass du zurechtkommst? Bittis Lächeln wirkte entspannt und fröhlich. Ja, klar. Bella und Nalla kommen runter, sobald Nalla gebadet ist. Und Lasseter hat versprochen, California High School mit mir zu schauen. Er ist eine gute Seele, dieser Engel. Ja, er hat außerdem gesagt, dass er mir die Haare färbt. Was? War nur ein Spaß. Bitti grinste noch breiter. Den Witz konnte ich mir nicht verkneifen. Mary hatte sich ans Herz gefasst und ihre Seidenbluse umklammert. Großer Gott, willst du mich umbringen? Vater ist auch schon vorbeigekommen. Er will heute früher aufhören und mir ein besonderes letztes Mal zu bereiten. Er hat Dienst im Audienzhaus. Liegt es an dem Ausbruch der Bestie, dass er heute nicht im Einsatz ist? Er braucht noch ein wenig Zeit, um sich zu erholen. Gut. Das Mädchen verstummte. Ich habe Angst. Weswegen? Mary ging zum anderen Fuß über und massierte die kleinen Zehen in ihrer Vliesummantelung. Erzähl. Was ist, wenn ihm was passiert? Ich meine, ich weiß, dass ihn die Bestie beschützt. Aber er hat eine Spezialausbildung, Liebling. Er verfügt über die beste Ausrüstung. Er geht keine unnötigen Risiken ein. Das hat er mir auch gesagt. Er würde dich niemals belügen. Mary runzelte die Stirn. Soll ich nicht vielleicht doch bei dir bleiben? Die anderen Kinder brauchen dich. Ich habe dich dafür tagsüber. Du bist so hübsch, dachte Mary, als sie aufstand. Du kannst jederzeit anrufen. Sie holte ihr Handy aus der Tasche und wedelte damit. Ich habe es immer bei mir. Ich weiß. Bis später, Mom. Mary schloss kurz die Augen. Sie konnte es noch immer nicht fassen, dass jemand sie so nannte. Neben Schellen war Mom ihr absolutes Lieblingswort. Bis bald. Ruf mich an. Okay. Okay. Versprochen. Als sie ging, kam ihr Lässeter entgegen. Sein schwarzblondes Haar reichte ihm fast bis zum Hintern. Und seine weiße Robe erinnerte an die Toga-Party-Szene aus, ich glaube, mich tritt ein Pferd. Mary raunte ihm schloss. Schwöre, dass du ihr nicht die Haare färbst. Der Engel setzte eine unschuldige Miene auf. Wusstest du, dass sie auf pink steht? Lässeter, das ist mein Ernst. Du hast uns gefälligst zu fragen, bevor du... Was hast du gegen pinke Haare? Nichts. Das Problem ist, wie du die Farbe reinbekommst. Ich will nicht, dass ihr die Haare ausfallen. Okay? Wenn du dem Kind die Haare vom Kopf ätzt, findet Rage einen Weg, dich zu töten. Auch wenn du ein göttliches Wesen bist. Sie hat bereits Arme und Beine in Gips. Sie braucht nicht auch noch eine Glatze. Nicht mehr lange. Murmelte Lässeter. Wie bitte? Die Verbände. Mary schielte zu bittig hinüber. Das Mädchen schien vollkommen zufrieden. Sie hatte sich zurückgelehnt und las eine Zeitschrift. Sechs Wochen erscheinen mir wie eine Ewigkeit, flüsterte Mary. Aber du hast recht. Das ist es nicht. Der Engel legte ihr die Hand auf die Schulter. Alles wird gut. Etwas in seiner Stimme berührte ihr Herz und löste den Knoten wie ein Paracetamol, das den Schmerz in einem verknacksten Knöchel lindert. Geh nur, sagte er. Geh nur, sagte er. Ich werde nicht von ihrer Seite weichen. Ich liebe dich, Lässeter, sagte sie, ohne den Blick von ihrer Tochter zu lösen. Ich weiß. Mary sah ihn an. War das gerade ein Harrison Ford-Zitat? Ja, Leia. Aber es stimmt trotzdem. Geh nur. Ihr passiert schon nichts. Mary. Mary umarmte den Engel kurz. Dann lief sie los. Durch die Vorhalle nach draußen und zu ihrem Volvo-Kombi. Als sie einstieg, gab ihr Handy einen Ton von sich. Und sie schüttelte die Hälfte ihrer Tasche aus, um es schnell in die Finger zu bekommen. Für den Fall das Bitti. Doch es war nur eine Nachricht von Rage. Ich freue mich schon darauf, wenn die Luft rein ist. Treffen wir uns in der Wanne? Mary lachte. Reine Luft war ihr Codewort für Sex? Zu ihrer Überraschung war ihr Liebesleben noch besser geworden, seit Bitti in ihr Leben getreten war. Weil sie es planen, dazwischen schieben, geheim halten mussten. Gebongt, schrieb sie zurück. Aber diesmal bestimme ich den Wasserpegel. Niemand wollte, dass es zu einer weiteren Überschwemmung kam, wie bei ihrem letzten Sexabenteuer in der Wanne. Außerdem hatte Lasseter bereits alle Merging-Dising-Artikel von Ariel aufgekauft. Und wo sollten sie einen zweiten ausgestopften Tarpun unterbringen, nachdem schon der erste groß war wie ein Volkswagen? Eine Frage, die besser unbeantwortet blieb. Mary lächelte noch immer, als sie 20 Minuten später vor dem Refugium hielt. Sie betrat das Haus durch die Garage und hatte das wundervolle Gefühl, dass in ihrer Welt alles stimmte. Ihre Schritte waren leicht und sie summte fröhlich vor sich hin. Hallo zusammen, sagte sie zu den Frauen, die in der Küche Lebkuchenmännchen herstellten. Mh, das riecht köstlich. Sie begrüßte ein paar Kinder und ihre Moms und freute sich darüber, dass die menschliche Weihnachtstradition, die sie weitergereicht hatte, sinnvoll umgesetzt wurde. Gute Arbeit, sagte sie zu einem kleinen Jungen, der seinen Lebkuchenmann unter einem Berg von rotem und grünem Zuckerguss begrob. Die Treppe in den ersten Stock war im vorderen Teil des großen Hauses und Mary summte noch immer, als sie die Stufen emporstieg. Ihr Büro lag nicht weit von Marissas entfernt. Doch als sie den Kopf durch die Tür steckte, war ihre Chefin nicht da. Es war ein gutes Gefühl, die Aufgaben dieser Nacht nach Prioritäten zu ordnen. Die Berichte, die sie fertigstellen wollte. Das Treffen mit der Kollegin in der Aufnahme. Das Gemeinschaftsessen, bevor sie wieder nach Hause aufbrach. Es war so viel leichter, als sich mit den traumatischen Ereignissen in Havers Klinik auseinanderzusetzen. Sie saß an ihrem Schreibtisch, beantwortete E-Mails, erledigte Telefonate und wollte sich gerade an ihre Berichte machen, als ihr auffiel, dass sie sich nicht an ihre Routine gehalten hatte. Klingt nach einer vernünftigen Lösung, sagte sie zu der Vampirin am anderen Ende der Leitung. Die Nähe zur Familie tut ihnen jetzt gut. In dieser Übergangsphase brauchen sie Hilfe und Unterstützung. Die Frau, mit der sie sprach, war acht Monate lang im Refugium untergekommen, nachdem ihr gewalttätiger Freund gedroht hatte, sie zu töten, als sie ihn nach 22 Jahren verlassen wollte. Zum Glück hatte es das Refugium gegeben, wo sie Schutz fand und nach und nach die Last von jahrzehntelanger Misshandlung aufarbeiten konnte. Jetzt war sie wieder auf sich selbst gestellt. Und was den Freund betraf. Auch er war jetzt ein besserer Mann. Doch das war nicht das Ergebnis von Introspektion und Persönlichkeitswachstum, sondern eines Besuches, den ihn Bartsch und Rage eines Nachts kurz vor Morgendämmerung abgestattet hatten. Mary hatte nicht viele Fragen gestellt, sondern eigentlich nur einer. Atmet das Schwein noch? Als man ihr das bejahen konnte, brauchte sie keine weiteren Details. Es verstand sich von selbst, dass der Kerl seine Ex nicht mehr belästigen würde. Nicht, wenn ihm seine Arme, Beine, sein Kopf und seine Hoden lieb waren. Ich bin immer für sie da, sagte Mary. Und das war keine leere Floskel. Sehr schön. Ich freue mich drauf. Bis bald. Sie legte auf, öffnete auf ihrem Computer die Facebook-Seite und lockte sich in der Vampirgruppe ein. In der letzten Nacht hatte sie nicht nachgesehen. Und ihre Hochstimmung ermöglichte es ihr, ausnahmsweise einmal ohne Magengrimmeln, die Posts durchzusehen, die alle absolut nichts mit Biddy zu tun hatten. Erledigt, sagte sie und klickte auf. Sie hatte sich schon fast ausgelockt, als ihr Blick auf eine kleine rote Flagge mit einer 1 bei den Nachrichten fiel. Sie sah sich um, als könnte sich die Person, an die diese Nachricht in Wirklichkeit gerichtet war, hinter ihrem Tisch materialisieren oder durch die offene Tür reinkommen. Mary hatte noch nie eine Nachricht auf Facebook erhalten. Sie benutzte das soziale Netzwerk nicht regelmäßig. Genau genommen hatte sie erst einmal was gepostet. Und zwar die Frage, ob irgendjemand Bittys Familie kannte, da sie keine Adresse hatten, an die sie sich mit Familienangelegenheiten wenden konnten. Insbesondere hatte sie nach diesem Onkel gefragt, von dem das Mädchen kurz nach dem Tod ihrer Mom gesprochen hatte. Dem Onkel, der sie angeblich bald abholen würde, obwohl ihn ihre Mom zu keinem Zeitpunkt erwähnt hatte. Dem Onkel, an dessen Namen sich Biddy nicht mal sicher erinnert hatte. Rune oder etwas in der Art. Sicher war es eine Spam-Nachricht. Wahrscheinlich bat sie der Präsident von Nigeria, ihm bei einer Geldtransaktion zu helfen. Um ihr im Gegenzug drei Millionen US-Dollar zu überweisen. Oder es war ein Angebot für Viagra. Oder Cialis. Vielleicht eine Pornoseite. Sie riss sich zusammen, zitterte aber dennoch, während sie mit dem kleinen Pfeil auf die rote Flagge fuhr und sie zweimal anklickte. Als sie sah, von wem die Nachricht kam, schnürte es ihr die Kehle zu. Und die Welt begann sich zu drehen. Rune war der Name des Absenders.